Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute dekorieren wir zusammen die Kalenderwoche 16 nach. Wenn ihr das letzte Video gesehen habt, dann wisst ihr auch, warum ich so hinterher hinke. Und ja, ich bin gerade so ein bisschen im Fluss, deswegen mache ich gleich die nächste Woche hinten dran. Und ich habe mir diese drei Tapes rausgesucht. Das ist eine Deko, die wird so ein bisschen thematisch neutral, sage ich mal, weil ich einfach nicht mehr so ganz genau weiß, was ich in der Woche überhaupt alles getrieben habe. Ich habe mir diese drei Tapes rausgesucht. Das sind so Basic-Dinger. Einmal Marmor, einmal so ein Holzmuster. Da muss ich mal gucken, welches ich benutzen möchte. Und das ist ein relativ sommerliches Mädchentape. Und passend dazu habe ich mir noch diese Sticky Notes rausgesucht. Das sind so Watercolor Sticky Notes von AliExpress. Da dachte ich mir, dass Rosa und Blau ganz gut passen würden. Da ist so ein gelbstichiges Neon, was auch immer, drin. Das finde ich nicht ganz so passend gerade. Und hier gefällt mir die Form momentan nicht. Jedenfalls nicht jetzt so zu der Deko. Ja, und ich lege auch direkt los, damit wir das bald hinkriegen, dass ich wieder up to date bin mit meinen Wochendekos. Und ich fange, glaube ich, mit dem Marmor-Tape an, weil es einfach so schön neutral ist. Und ich verteile das einfach so ein bisschen. Einmal hier. Einmal hier oben. Einmal hier oben. Einmal hier oben. Bis zum nächsten Mal. 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 So, ja, und dann hoffe ich euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.